freitag fünfte woche fastenzeit die juden haben jesus nur aus einem einzigen grund den römern übergeben damit er gekreuzigt würde und dieser war derjenige dass jesus sich gott gleichgestellt hat das war in den augen seiner feinde eine blasphemie im heutigen evangelium fehlt leider der satz der direkt vor dem ersten satz kommt wo jesus nämlich sagt der vater und ich sind eins diesen satz muss man wissen denn dann daraus erklärt sich warum die juden steine nehmen um ihn zu steinigen und jesus sagt für welches meiner guten werke wollt ihr mich steinigen und sie sagen für keines deiner guten werke sondern weil du obwohl du nur ein mensch bist dich gott gleichgestellt hast und dann sagt jesus wenn ihr meinen worten nicht glaubt dann glaubt wenigstens aufgrund der werke die werke die der vater mir gegeben hat damit ich sie vollbringe werden das schon vor ein paar wochen im alten testament bezeugt gott die sendung des moses durch bestimmte zeichen die moses im namen gottes wirken darf bei jesus ist es noch viel radikaler denn die zeichen die jesus wirkt offenbaren dass er der schöpfer selber ist schaut euch zum beispiel also im johannesevangelium haben wir sieben von diesen werken eins davon ist zum beispiel die hochzeit von zu kanaa wo er wasser in wein verwandelt jetzt sagt cs lewis berühmterweise so schön eigentlich geschieht dieses wunder in der schöpfung jedes jahr ja jedes jahr ziehen die weinreben wasser aus dem boden und verwandeln ihn in trauben und schließlich in wein das ist ein ein geheimnis das in der schöpfung liegt das wunder das jesus wirkt ist dass er das was sonst ich weiß nicht wie viele neun monate braucht sechs monate ich bin kein winzer mit einem fingerschnips wirkt und er offenbart dass erjenige ist der derjenige ist der diese wunderkraft in die schöpfung gelegt hat oder schaut die brotvermehrung an da passiert genau das gleiche das was in der natur viele monate braucht wirkt jesus hier in einem wusch diese werke offenbaren wer jesus ist er weckt einen toten zum leben und das siebte zeichen ist dass er selber von den toten wieder zurückkehrt was will ich was was will ich damit sagen was ist daran so entscheidend jesus ist bereit sein leben dafür niederzulegen um zu bezeugen dass er der lebendige gott ist der mensch geworden ist diese wahrheit war jesus sein eigenes leben wert warum damit wir mit absoluter tausendprozentiger sicherheit wissen dürfen dass sein wort glaubwürdig ist dass wenn er sagt wer mein wort hat hat das ewige leben wer dem glaubt der mich gesandt hat kommt nicht ins gericht wer mir nachfolgt wird das leben haben ja wenn wir tatsächlich bereit sind auf vieles in diesem leben zu verzichten und gegen den strom zu schwimmen weil jesus uns einen anderen weg weist dann nur deshalb weil er mit seinem leben bezeugt hat dass er der lebendige gott ist unser schöpfer der uns liebt der unser heil will und für diese wahrheit bereit war zu sterben